Dieses Projekt reiht sich in den Auftrag, den Materialfluss der Carplex gesamthaft zu untersuchen und neu zu implementieren ein. Das steigende Auftragsvolumen von Funk und der physisch begrenzte Standort hier Hofdringen waren jedoch die aufschlaggebenden Faktoren, diesen Geschäftsfall mit höherer Priorität anzugehen, um eben operativ bleiben zu können. Zuallererst wurden interne Maßnahmen untersucht. Nach deren Ausschluss erfolgte eine Marktanfrage, an der ursprünglich zehn Logistikdienstleister beteiligt waren. Die zu erfüllenden Kriterien und neuen Bedürfnisse wie Schnittstellen, Reaktionszeiten und alle Besonderheiten von Funk wurden dann durch Supply Chain Management im Detail aufgenommen und ausgeschrieben. Im gleichen Zuge wurden Verbesserungen im Materialfluss erzielt und bestehende Schwachstellen im Ablauf aufgezeigt. Für solche Entscheidungen gibt es die Einkaufsmatrix, welche bei jedem größeren Vergabeentscheid zum Einsatz kommt. Diese Matrix wurde durch alle Entscheide der Carplex und dem Konzern ausgefüllt und der Durchschnitt ergab, dass die FastLock in dieser Ausschreibung vollkommen überzeugen konnte und als idealer Partner hervorgehen. Ein wesentlicher Grundsatz der Supply Chain ist es, für unsere internen und externen Kunden den für sie besten Service ausfindig zu machen und zu marktüblichen Preisen zur Verfügung zu stellen. Der Trend in vielen Branchen entwickelt sich verstärkt zur Direktlieferung ohne Zwischenlagerung. Aktuell nehmen wir die Bedürfnisse unserer Business Units auf und erarbeiten Lösungskonzepte, welche dann durch eine qualifizierte Make-or-Buy-Entscheidung verifiziert werden.